Der Subaru Outback in der Ausstattung Sport leistet mit dem 2 Liter Turbodiesel in Boxerbauweite 150 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 350 Nm bereits ab 1600 Umdrehungen. Mit den 150 PS ist der Outback beileibe kein Sportwagen, aber in Verbindung mit der Automatik hinreichend spurtstark, dynamisch in der Stadt und ausreichend motorisiert, um auch Autobahntempi deutlich oberhalb der Richtgeschwindigkeit abzuspulen. Den Allradantrieb hat der Outback serienmäßig an Bord und dank der Bodenfreiheit von 200 mm dauert es recht lange, bis die Bodenverhältnisse dem Vortrieb Einhalt gebieten. EyeSight ist das Sicherheitsassistenzsystem des Outback. Dieses basiert unter anderem auf der Stereokamera, die beidseits des Innenspiegels angebracht ist. Über diese Kameraerfassung bekommt der Kollisionswarner seinen Impuls, genauso wie der Spurhalteassistent und auch die adaptive Geschwindigkeitsregelung und der Stop & Go Anfahrassistent. Das ist die Kameraerfassung. Untertitelung des ZDF, 2020